Ich möchte euch gleich mal die Band vorstellen. Das ist am Klavier Jürgen Friedrich aus Köln. Am Kontrabass Robert Lucacciu. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Das ist Haydn Chisholm. Ja, wir spielen jetzt ein Stück vom Robert. Also wir haben ja, wie der Haydn das vorhin schon gesagt hat, eigentlich größtenteils Programm von den beiden, von den Gästen, weil das immer so interessant ist für uns, die Musik kennenzulernen von den anderen. Aber der Robert hat so ein schönes Stück geschrieben, dass wir das unbedingt spielen müssen. Und das passt auch super für diese Besetzung. Das trägt den Titel Irgendwasser. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020